Was geht es jetzt los? Herausforderungen 2. Das probieren wir alle mal. Wir hätten ja gucken können was wir alle haben. Aber haben wir ja Zeit genug oder das wird wieder so was geben kann man dann schönes radnisch die aus der blitzkapsel schlafmesser lebenskraftmantel ok 2 keine falle dabei macht das eis gell einer ist aktiv der anderen schläft oder was schläft er schon wenn nicht schlicht ich hätte schon jetzt typische gestöhne von denen einer ist unter und einer ist ober probieren erstmal mit der balliste balliste machen was neu ok sind beide ohne wow brüllt der brüllt blocker boah du scheiße nix blocker ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße und die lust du steckst die waffe wieder auch hierher ach gut das fängt die klasse an ja ach ne alter was sind denn das für früstungen was ist denn das für ein Mistkram ja die erste montel einfach nimm mal einer kommen wenn wir so nirgend schweiß auf der halle scheiße erinnern mich zu machen findet und das ist und die die nicht die Ach Gott, im Sprung wird es nicht... Ach, dort sind... Wo ist denn das Ding jetzt? Da! Zu weit. Die bleiben aber auch nicht stehen. Komm, zieh alle mal! Hopp! Oh, einer Hammer. Hopp! Wicht drauf! Ach Gott, die scheiß Brüllerei. Ich kenn... ...und wieder euch steckt. Ach Gott, ne... Ach Gott, komm her! Du falsche, bloß da rum, her! Asteara! Asteara! Wo ist denn die scheiß Asteara jetzt? Nimm's! Trink was! Ach du Scheiße, ich kenn kurzer Herd. Okay, da liegt... Ich brauche denn... ...die Scheiße da auch nicht. Hä? Was war'n der Südse? Was ist denn? Ach Gott, ne... Du Scheiße, ja... Warum ist nur jetzt keine Waffe dabei, die ich einigermaßen spiele kann? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Du Scheiße! Die fliegt nur durch die Gegend, ja... ...durchüber abgeschaut... ...durchüber abgeschaut... Ach, wun Ahnung, ich bin nur mehr... ...Grad von Bons, ne, die schief! Oh! Einer wird aber was! Ich finde, es Einer hat getrunken, da liegt er schon wieder... Gummiter steht schon wieder, ja? Gummiter steht schon wieder, ja? Unke, Nado... und ausgerutscht hat das macht ich keinen spaß so macht das so ich brauche eigentlich der erste hilfe aber okay das nützen mir jetzt am allerwenigsten gar nicht auf was watschen und die scheiß brüllerei wie man das ist das da komme ich nicht immer zum schleifen er liegt ach kaum mehr du presst du trägst viel du vertrekst es okay noch mal probieren mit uns geht ach kaum mehr das ist aber auch so gemacht das ist fast unmöglich die scheiße und das machen dann die noch hin ach gut und dann das noch her ich kann kurz okay ach komm das muss doch kaputt sein dass wir und dann die brüllerei nur noch erster blöd oder auch da liegt was das kann ich jetzt nicht los es liegen auch schlecht kapsel okay wo ist die kapsel jetzt ist weg so ist er noch einmal okay vor oben steck sie doch ein und fall doch ein hier du hole nuss warte mal alter warte 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 habe ich noch ach hier steht da auch noch liegt nie warte weg ist er weg ist er weg ist er was liegt denn da so schön und was anderes ich sitze irgendwas was was könnte man machen hau ab du dreckst viel ach komm weg du ist keiner ich kenne mich als manchmal weil ich mich nicht so aufrege die kenne ich mich als kaputt lachen haben wir noch was da oben irgendwie jetzt kommt da hinten noch der ach da hab ich jetzt machen sie die dinger kaputt das ist klasse wohnen auch schleifen 2 3 ok 3 ok alles klar auf reise dann was machen wir jetzt ach du du bleib doch da stehen was noch einmal ach komm freunde warte mal wenn wir da einer kriege und dene trägsviescher ja da liegt Hup, noch einmal, gell? Nicht so lange, warte! Ach komm, Freunde, das kann doch nicht sein, ja. Du trägst viel, warte mal, gell, harte auf! Noch einmal, da bleibt man im Moment stehen. Ja, scheiße, da bleibt man nicht stehen. Oh, jetzt haben wir die Ruhe. Oh, nee, bin ich. Oh, nee, besser. Du scheiße, scheiße, da kannst du nichts machen, ja. Ach, das gibt's doch nicht. Landet rum jetzt, nehmt das Zeig. Oh. Oh, du. Drecksvieh, scheiße, ja. Eigentlich steht nur. Okay, einer haben wir. Du Drecksvieh, du Dreckige. Ja, wo muss denn der auch rein jetzt? Da ist der Ibe. Okay, ja, komm. Wer sieht das mit? Ist das blöd, oder was? Okay, man, du, wir uns sehen, ist das gar nicht. Ach, du. Mantel wird genug, der Mantel wird genug. Jetzt nehm ich mich nicht mehr. Jetzt nehm ich mich nicht mehr. Gut, Deckung. Egal was es da ist jetzt. So, ist der Felsen. Versuch's mit einer Stichkapsel. So, versuch mal mit dem Felsen raus. Scheiße, geht nicht. Na, mal bist du erste Hilfe gesonnen. Um, es grennt ja rum. So, wenn du mal. So, ist das? Oh, die Scheiße. Oh, ich stecke. Ach, Gott sei Dank. Boah, du Scheiße. Das mach ich nicht noch mal. Das mach ich nicht noch mal. Das weiss ich. Das ist ja abartig mit den... Steck. Steck. Ja, steck's auch. Was gibt's denn jetzt? Es ist mir wurscht, was es gibt. Ich weiß gar nicht, warum, dass ich da überhaupt rein bin. Ach, schon fertig? Ach, schon. Na ja. Eifer biebsch. Ach, mein Scheiß da auf das A oder B. Was? Jägerkönig. Das brauch ich gar nicht. Ach Gott, Lebensbild. Gutschein, für was? Ach, das mach ich nicht. Ach, das kann brauche ich nicht. Machen, Kat, Gerlinde. Ich bin schon mal. Wie? Weil, ich bin noch mal. Ich bin noch mal.